Ich finde es natürlich erstmal gut, falls es dann auch wirklich soweit sein sollte, dass er zurückkommt nach einigen Jahren. Also wenn er immer wieder zurückkommt nach einigen Jahren, dann wird er irgendwann mal mein Nachfolger. Ich freue mich natürlich, weil er ist schon auch ein Trainer, der natürlich wahnsinnig viel Erfahrung hat und der eine tolle Ausstrahlung hat. Und vielleicht in so einer Situation, wie Bayern sich im Moment befindet, bringt er natürlich mit seiner Qualität schon auch viel Ruhe und viel Kompetenz rein. Eigentlich ein souveränes Sieg von uns. Klar, in Nordirland wussten wir, dass er natürlich auch sehr, sehr defensiv spielte, dass er die Räume sehr gut zumachen. Wir haben in der ersten Halbzeit zwei Tore erzielt und damit war das Spiel eigentlich schon gelaufen, weil wir hatten auch die langen Bälle sehr gut im Griff und hatten eigentlich keine Probleme. Und von daher bin ich natürlich zufrieden, dass wir hier drei Tore erzielt haben.